Also ich erkläre, wie man von der Kilowattstunde zu Joule kommt, obwohl Watt drin steckt, ist das eine Einheit der Energie. Also ich habe hier zwei Kilowatt sind 1000 Watt, Kilo ist einfach 1000, wie Kilometer, 1000 Watt. Die Stunde in Sekunden, also mal 60 mal 60 von Minute auf Sekunde und so, und dann habe ich Sekunden. Und das gibt 2 mal die 1000 mal 60 mal 60, das sind 3.600.000. Und dann habe ich Watt, Sekunde und eine Watt, Sekunde ist 1 Joule, das heißt ich habe hier 7.200.000 Joule. Und das ist also schöner vielleicht als Megajoule, 7,2 Megajoule und deswegen sieht man schon, warum man üblicherweise Kilowattstunden nimmt, sind so viele. Wobei, wer auf der Stromrechnung Megajoule, könnte man auch damit arbeiten. Ja, Kilowattstunde 30 Cent. Zurückrechnen geht das gleiche, also die, da macht man geteilt durch diesen Faktor die 3,6 Millionen, 3.600.000 teilen. Und dann bin ich wieder bei der Kilowattstunde. Ja, zum Beispiel, um es sich anschaulich vorzustellen, ich habe hier einen Wasserkocher, wenn der eine Leistung von 2000 Watt hat, dann ist das ja 2 Kilowatt. Und wenn ich den eine Zeit von einer halben Stunde, 30 Minuten, das ist 0,5, nicht 2,5, 0,5 Stunden laufen lasse, dann ist einfach die Arbeit, die ich bezahlen muss, das ist die Leistung mal die Zeit, das ist 2 Kilowatt mal einer halben Stunde. Und dann habe ich genau eine Kilowattstunde. Also 2000 Watt eine halbe Stunde oder 1000 Watt eine ganze Stunde. So ein Staubsauger, der eine ganze Stunde laufen würde, der hat oft so 1000 Watt. Das wäre wieder so eine Kilowattstunde, zahlt 30 Cent. Wirkt nicht viel. 30, hier ungefähr, 30 Cent Ökostrom. Aber es summiert sich irgendwie, weil wir ständig irgendwas anschmeißen, was Strom verbraucht.